Mit Ausland, wir meinen ja eigentlich die USA. Wir meinen ja nicht die Mongolei oder Indien, wir meinen ja die USA mit Ausland. In der Regel geht es ja darum. Tatsächlich ist es so, dass es in den USA an einigen Plätzen zumindest bessere Bedingungen gibt als in Deutschland, muss man einfach sagen. Also es geht los an den Universitäten. Das größte Problem in Deutschland im Vergleich zu amerikanischen Universitäten ist das Betreuungsverhältnis. Wie viele Studenten gibt es pro Professor? Das ist an unserer Uni hier an der TU Dortmund 100. Sie haben 100 Studenten auf einen Professor. Das ist besonders schlecht. Sie haben in NRW, ich glaube im Durchschnitt 70 bis 80 Studenten auf einen Professor. Das ist besonders schlecht im Bundesgebiet. Aber im Bundesgebiet sind es auch nur 60 pro. Da ist das Verhältnis auch 60 Studenten auf einen Professor. Und das ist natürlich eine schwierige Sache, zumindest was die Abschlussarbeiten angeht, weil die werden ja von den Professoren betreut. Also das ist der riesige Unterschied zu den USA. Da haben Sie wirklich kleine Gruppen, mit denen Sie arbeiten können. Das habe ich selber in Stony Brook gesehen. Wenn Sie eine Arbeitsgruppe mit fünf Studenten haben, ist das etwas anderes als eine Arbeitsgruppe mit 100 Studenten. Das ist etwas, was man in den USA anders hinbekommt, was man sehr teuer kauft. Ich meine, die Studiengebühren auch in Stony Brook sind hoch. Und das System für ein solches Betreuungsverhältnis erfordert einfach mehr finanzielle Ressourcen, obwohl man sagen muss, in Deutschland fließt viel Geld in die Universität. Also wie ich sagte Ihnen, wir reden über dreistellige Millionenbeträge, die das in der Regel pro Jahr sind. Trotzdem, wenn Sie es noch weiter verbessern würden, brauchen Sie halt noch mal Ressourcen. Und einige Plätze an den USA haben die halt. Und da haben dann junge Forscher hervorragende Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Und das ist sicherlich das, was die Leute anzieht. Aber es ist nicht so extrem. Also Sie erleben es, wenn Sie eine Professur ausschreiben, dass sich ganz viele Forscher, die augenblicklich in den USA sind, auf diese Stelle bewerben. Und das liegt einfach auch daran, weil unser Land gewisse andere Vorzüge hat, wenn man es mit den USA vergleicht. Auch übrigens an den Universitäten. Sodass man sagen muss, so stark ist das nicht. Wir kriegen es nur immer wieder mit an den wirklich herausragenden Plätzen in den USA. Und dann ist man wieder einen Nobelpreis von jemandem bekommen worden. Ach, und dann forscht der doch in Berkeley. Ja, natürlich. Berkeley ist einer der vielleicht zehn Universitäten in den USA, die sind so ausgestattet wie keine Uni in Deutschland. Das mag schon sein. Dafür sind die restlichen 600 zum Teil manchmal auch deutlich schlechter ausgestattet als bei uns. Also was die Wissenschaft angeht, nicht was die Lehre angeht. Also von daher muss man sagen, diesen Braindrain, so extrem ist er nicht. Er ist da, aber man hat in den letzten Jahren gesehen, dass man auch viele Leute wieder aus den USA zurückgeholt hat. Und deswegen glaube ich, das Problem ist nicht so groß, wie es gerne mal gemacht wird. Jeder, der mal in den USA war, wird wissen, am Anfang findet man das alles toll, ist alles super da drüben. Aber irgendwann geht es einem wirklich auf den Geist. Also es ist schon anders. Und es gibt nur immer die beiden Lager, die nach so ungefähr zwei Jahren sagen, ich will unbedingt zurück. Ich selber habe das Angebot der Universität Stony Brook auch nicht angenommen. Ja, ich hatte da das Angebot. Ich gehörte auch zu denen, die sagen, bitte, bitte, es reicht. Oder es gibt die, die haben sich dann wirklich adaptiert und die sagen, hier kriegt mich keiner mehr weg. Ich will sogar, dass meine Kinder hier aufwachsen. Dazwischen gibt es eigentlich wenig. Und die Gruppe der Leute, die nach zwei Jahren sagen, ich will jetzt hier unbedingt wieder nach Hause, die ist nicht so klein. Wir unterliegen immer der Tendenz, unser Bildungssystem schlecht zu reden. Es ist ja alles schlecht bei uns. Wie kann es denn dann sein, dass wenn in den USA jemand eine Postdoc-Stelle ausschreibt, meine Kollegen sagen mir immer, sie nehmen am liebsten einen Deutschen. Und wenn sie keinen Deutschen kriegen können, nehmen sie einen Chinesen. Und wenn sie keinen Chinesen kriegen können, nehmen sie einen Franzosen oder einen Briten. Und zwar aus folgendem Grund. Der Deutsche ist hervorragend ausgebildet und ist es gewohnt, viel zu arbeiten. Das ist das Vorurteil, das stimmt aber auch in der Wissenschaft. Der Chinesen ist nicht so gut ausgebildet, arbeitet aber viel. Tja, jetzt können Sie sich selber überlegen, was Sie zu Franzosen und Briten sagen. Das sagen mir meine Kollegen wirklich. Und es ist ja auch so. Wenn die einen Postdoc suchen, meine Kollegen, dann fragen die erstmal bei uns nach und sagen, Mensch, habt ihr nicht einen. Politiker bestreiten das gerne, aber das sind meistens die Politiker, die nie in den USA waren.